wir sind wieder zurück zur zweiten mission gleich hoffe ich doch wenn wir jetzt mit der tüße geredet haben dann machen wir den tech flügel und dann dürfte die bitte schon durch sein für uns eigentlich haben wir mission dann gehen wir in den multiplayer machst aber die nehmen das wet auch mal auf das ja auch mal seine sicht sieht die von dem profi wo müssen wir jetzt reden mit jessica hier längst hinten ich war ja schon früher in unfreundlichen arbeitsumgebungen aber wie es aussieht kann man mit diesem arbeitsplatz auch keinen preis gewinnen antike ausrüstung kein personal draußen stehen die patienten schlange das wird einfach nicht reichen wir tun was wir können doch da kennen jeden vorschlag den sie haben nämlich gern entgegen ich weiß ich weiß teufel fliegen und so weiter was zählt ist dass wir das virus besiegen aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen das wäre ein guter anfang ja ich kann den flügel ausbauen etwas mit dem ausbruch zu tun hatte ich habe ihn mal an der columbia gehört da gab es fast eine schlägerei wenn er beteiligt ist muss ich mit ihm reden alles was sie von ihm finden können notizen laptops persönliche freunde ich brauche alles wir müssen über lebende proben reden und antikörper sie haben viel zu tun und sie werden probleme lösen leben retten nun wenn sie entschuldigen fange ich gleich an so jetzt kann ich damit sie die blügel ausbauen ich habe durch den umbau zwei neue fähigkeiten bekommen und zwar habe ich bekommen hier vorrichtung kann an ort und stelle benutzt werden und zu einem entfernten ziel befördert werden ne ich lass meine fähigkeiten so er du hast jetzt die granate und den scanner genau er dann nehme ich doch die das shield und den hier mit ok so haben wir jetzt die nächste mission schon jetzt müssen wir einsatz tafel eins von beiden müssten noch spielbar sein viele kämpfe entdeckt ich jetzt also kein kampf ja genau das sicherheitsding ist offline genau aber der oberflügel müsste noch der oben müsste noch eine mission sein danach würde ich sagen dass wir dann in ding gehen einsatz u-bahn leichenhalle abschließen woher weißt du warte mal missionen jetzt müssen wir übern aussuchen einsatz ist ein kampf ich habe einen einsatz im einsatz wo einsatz neu einsatz u-bahnlinie ich habe ihn ganz rechts an der map ja ich habe meine waffe auch gerne habe jetzt die schrotze und dann geben wir gleich los wenn es rauskommt ja das sind 400 meter das geht legt nur noch schnell die sachen die ich gerade nicht benutzt weg bis 1000 wenn ich lecker noch dinge ins lager aber die ratten bringen überhaupt nichts aber ich habe nur munizu verballert ja richtig ja mal geschahnt und sie zweimal um ihren verbündeten in der nähe und sich selbst erste hilfe zu leisten was problem der hat ein problem hier ja ich weiß was ich noch umstellen wollte jetzt wieder eingefallen durch den grad schlagen wollte passen belegung nahkampf nach nachladen ich muss echt auch passen fänden fertigkeit granate erster hilfe zum vorteile talente zum reden das werden ich bräuchte deine hilfe hier ja jetzt konserven wie es die riegel im kranat wo kann ich nach heute rückwärts spurt benutzen deckung klettern waffe erzielen nein glaubst du jetzt rauchgranate wirst du jetzt nicht ernsthaft erzählen dass du hier gegen level 5 gegner stirbst du kassierst einfach hart du bist in der falschen deckung ja das merke ich gerade selber ja hier aber ich mache halt one hit sag mir vor dass ich healen kann habt ihr den arsch gerettet dankeschön so dann probiere ich doch mal meine neue waffe hier meine militär ausführung die da vorne sieht nicht lieb aus oh der ist lieb die sind liebe ja ja liebe machen die erzählt da jetzt wieder ein gleich schlimmer tod ne ne sind alle gut alles gut alles safe hier ah da links nachschub erreicht mach mal der nähe bleiben ich bin zu weit weg ich bin zu weit weg komm bist du jetzt bei mir ja du bist direkt vor mir ja hier mit dem shield hier in der wo denn links hat das shield ist verdammt gut hier kommt es nicht weiter mit dem ding kommt doch gar nichts weil ich alles tötet jetzt kommt sie wieder von hier aus dem gang hier glaube ich hab doch die schrotze wechselmagazin ja ich kann nicht immer alles mitnehmen weil ich kann alles verkaufen direkt davor aus der nähe ist die schrotze tödlich ja ne wirklich ich habe eine gute neue weste gefunden auch mein schild hat es perfekt kann ich jetzt endlich wieder meine waffe ziehen der gegner wieder aus der richtung hier er klettert dann nach oben ja mit der schrotz hat er keine chance naja konzern probieren du bist ja schon wieder halbtot hier verstehen jetzt das war es jetzt tatsächlich flügel geht nein nein ja wieder eine waffe aber die schlechter die will ich nicht haben wir die mission jetzt hier geschafft haben wir das ding eingesammelt ich glaube wir haben irgendwas bekommen 100 technik flügel geduld ja das war jetzt weiter weiter es geht weiter es war nur zufälligen event vorbeigelaufen jetzt sind immer wieder so events quasi irgendwo droppt irgendein loot und dann musst du den verteidigen über eine zeit okay es ist dann auch in der pvp-zone zu wie hier jetzt nur dass dann halt die anderen gegner dich auch angreifen können die anderen spieler der hund ist hässlich den darf man erschießen also alles abschraubt lachen was wir finden sagt die alte hilfsrallye lokalisiert ziel erfassen war der da unten neben sich schon hier headshot wie die die headshots einfach nicht juckt oh der hat direkt die waffe getraut die haben vorher können sie auch nicht ja ich habe draufgeballert da unten sind noch mehr so ich bringe jetzt mal jetzt rüber die roten Fässer machen bumm ja es macht Spaß mit roten Fässern bumm zu machen der am Flammenwerfer der Sack die haben alle schon Waffen die schlechteste wie meine Waffe ich finde ja nie Waffen dass ich denn die Waffen finde weil du dich einfach nicht darauf konzentrierst explodiert der Oho 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 Jetzt der platzt Der hat einfach einen Wind gesprengt glaub ich Er hat einfach eine Seite, hier ist wieder der M1A Wo denn? Oho Auch diese weiße Strahle können auch Waffen sein ne Oho 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 Prozent das ist nicht so gut er hat es ein bisschen schwul der Köln davon ist er wieder welche die sind nicht viel zu können locker drauf schießen die Mörder er war warm wie so ein Luftballon die geben mir ganz gut als schlechte Jungs du bist ja schon wieder mitteltod ja war ich will die platzen lassen die Säcke ja gut oder auch nicht ich will auch mal die andere Fähigkeit ausprobieren den Granatwerfer oder hast du das auch gemein Haftgranaten meinst du was hast du den der Ha... ja den hab ich mit der Haftratalk ja erst wegen der Haftplan hat er geblattet und dann noch wegen seinem Kanister der ist auch noch geblatt der ist auch noch explodiert es ist laut teilweise wenn hier unten Explosionen sind dann haut es hier alles aus dass mehrere Teams der Kliners vor Ort sind sie wollen die Infektion ausbrennen und zwar inklusive der Leute die versuchen sie aufzuhalten ja könnt ihr probieren wir brennen sie auch aus wir brennen sie auch aus ich hab Back gefunden die sind tot weiter Checkpoint bei mir sind die nicht tot ah hier schlägt okay Tab warte jetzt kann ich es umstellen jetzt weiß ich nach welcher Tast ich suche Tastenbelegung Tab... Tab... Tabulator ah Nahkampf hier steht ja da Musbutton 5 ahja jetzt kann ich auch schlagen gut jetzt kann ich den Behinderten das ist nämlich auch mal ne gescheite Waffe hier mit dem Projekt sollte das U-Bahn System ausgebaut werden es war noch nicht fertig als die Dollargrippe ausbrach öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen Zeitplan ja das ist wie mit einem Bär in Deutschland hat auch seinen eigenen Zeitplan sie wollen ja wieder abreißen neu bauen Bestätigung Lokalstromwärts online wer da eben das Licht eingeschaltet hat ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen so oder so danke hier Feilao ich misch mich kurz ein die Hilfe ist von uns Rhodes an wen auch immer machen sie sich auf den Weg zum Sekundärrelais was denn? aber was ist das hier? was denn Rucksack? nein das sind alles Leiche naja sagt doch das ein Massengrab sein soll verlassen des kontaminierten Gebiets feuer der Platz weiß ja nicht was hier los ist aber hier geht was ist über mir verpackt warum? die stehen rum und tun nichts und ich mach ihnen keinen Schaden oh da ist ne Waffe das ist jetzt meine mir passiert eh nix hab ich schon die Division Dienste stehen zur Zeit nicht zur Verfügung bitte versuche es später erneut bist du offline wurde rausgekriegt grad ja ja aber ich flieg glaube ich auch gleich raus ich kann sie nicht töten ja das Problem hatte ich auch die ganze Zeit jetzt bin ich wieder drin viel fortsetzen kann ich drücken ich bin auch raus fehler der Division Dienst stehen zur Zeit nicht zur Verfügung ok danke spiel startet starten ja fortsetzen ja scheinbar man die Serverkarten restart gehabt sieht man halt das ist ne beta ne ja ja klar ähm wo kann ich dann wieder zurück? da müsstest du fortsetzen direkt stehen wenn du dich wieder eingebracht hast ah ja stimmt spiel fortsetzen ja ich hab ja nicht unterbrochen das läuft ja noch bei dem Laden bin ich jetzt da bei 91 Cent oh ne du redest ingame wieder ja du auch juhu echo juhu echo soll ich nicht mehr ja das ist bei mir auch wieder ruhig 10% 11 nein du redest noch ingame ja ich machs gleich raus ich kann jetzt nix machen ich bin im Ladebildschirm ich kann wieder Gegner töten oder sie platzen jetzt platzen sie wieder schön das gefällt mir wieder gerade eben war ja langweilig weil die sind ja gar nicht geplatzt aktivieren sie das sekundäre Energie Relay alter die krankenschweine juhu es geht weiter Leute ja mach weg jetzt dein Sound weg achso jetzt das kontaminierte Gebiet so jetzt müsste es aus sein alter was geben die hier ab ja ist aber ich hab den hat gesprengt wir müssen hoch 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 weil ich hab was gefühlt für schützendes Holster ob ihr bitte haben wir sie ich glaub es geht schon wieder los ne bei mir funktioniert es noch ich hab sekundär Relay gefunden scheiße für den Job brauche ich mehr Hände als ich habe glauben sie dass sie mir helfen können wenn ich ihnen sage wie ja du bist glaub ich grad wieder geflogen müssen du rennst nämlich auf der stelle ja ist aber wieder weg bei mir noch nicht mal gucken wie werde ich kommen bevor ich gefickt wird also ich lade schon wieder Alter was war denn das für ein verrückter ja ich kann dir das vorher schon immer anzeigen und nicht selber abschmieren werden vielleicht bist du auch wieder raus ja genau nein du hast Echo natürlich hab ich wieder Echo ich lad mich ich lad jetzt wieder alter der einer bekriegt mich mit einer Axt der hat mich mit einer Axt geschlachtet super jetzt habe ich eine Komponente muss damit rumlaufen jetzt brauche ich dich wo bist du? ich muss jetzt auf dich warten ja ich darf mal das spielen naja immer diese betas ne ja ich warte solange irgendwas anständiges tötet irgendwas ich hab nämlich nur ne Pistol ich hab nämlich jetzt ne Objekten da und ja wenn ich mit meinem Schild rumlaufe hab ich auch immer nur ne Pistol aber das Schild ist OP achso das muss ich da reinschieben ja Gesundheitsschutz Komponente einsetzen das passt spielen sie nicht wenn sie müde oder nicht genug Schlaf hatten spielen sie immer in einem gut beleuchteten Raum und setzen sie sich so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt hin es klappt tatsächlich kein Spannung ab von der Lower Manhattan noch ein paar Aktionen wie diese und wir sind im Geschäft freu mich schon wenn ich dir gleich wieder Echo von mir geben darf hallo Echo nein ist weg oh Echo ist weg oh fuck stirb stirb ich find ja lustig dass ich beim Laden einfach 0% hab und es nichts passiert und wieder alter sieht fast so aus als könnte ich der Mission nicht wieder beitreten nicht? aber wenn ich den Sackspiel vorsetzen dass ich dann 0% lade wills kann jetzt bleibt mir 0% lade das bewegt sich zwar alles noch also das Spiel hängt sie nicht auf aber er lebt nicht gut ich glaube schon so fitness das ich was war das jetzt oh jetzt bin ich tot nein nicht aufgeben was du bist tot wenn ich nicht da bin dann wirst du startet neu ich habe dich ja die ganze zeit gerettet sie verlassen das kontaminierte gebiet jetzt siehst du mal was passiert wenn ich nicht da bin kannst du jetzt schon nicht so ich drücke jetzt eben noch mal spiel fortsetzen so ich habe in lade mit null prozent jetzt lädt es okay diesmal scheint nicht wirklich wieder beitreten zu können ja bist online auf jeden fall ja und es lädt diesmal auch wieder letztes mal er hat sie nicht geladen vielleicht hat nicht selber gar echt ein problem oder es haben sich da zu viele eingeloggt wo alle rausgeflogen sind ich habe 90 prozent das heißt sie soll gleich wieder da sein bin ich noch bei dir in der gruppe jetzt habe ich 100 prozent und ich bin gleich tot da bist du ja wir sind in einer kontaminierten zone ne das weißt du schon das heißt dafür brauchen wir irgendwie so egal durch raschen die mit den nächsten musst du aufpassen die sind hässlich die machen extrem damage das die oh gott nein tot ohne scheiß jetzt warum bist du davor gerannt da kriege ich dich nie irgendwas musst du ja machen können du bist tot gerade wo ich dich wiederbelebt habe warten auf wiederbelebung nein ich kann wieder das ist nicht aufgeben sie können wiederbelebt werden nachdem sie ausgeschaltet wurde eine wiederbelebung in diesem stau jedoch länger warten sie teamkammer wiederbelebt du kannst mich noch wieder will er hat noch 20 sekunden zeit 10 95 du brennst ich habe versucht sich wieder zu leben es war auf jeden fall ein sehr cooler zug von dir ich bin jetzt auch für dich gestorben wir müssen nicht von vorne anfangen die sind schon tot die hälfte ja weil ich ja noch überlebt hatte das kontaminierten gebiets kommst du bin noch tot jetzt laden lass mal munition aufgenommen so jetzt bin ich hier du auch ja ich bin hinter dir kannst du vorrennen ja ich hätte ich einfach rein das ist der unterschied ich hau die weg er wollte gerade eine granate werfen ich glaube die explodiert gleich da oben das sind irgendwelche die ziemlich schaden machen da hinter der wand kommst du vor jetzt oder explodiert keine bedrohung was richtig um schnittfeste handschuhe naja müssen wir hier hoch ne 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 aber ich will gucken was da hinten ist ob es also falsch sein gibt es hier auch ich habe geheime schütze ich wusste er sieht was hast du ein schutzrucksack 32 und zwei boni punkte ob jetzt kommen wir und schützt mich ich habe einen schutzrucksack jetzt kann ich dich schützen sie verlassen das kontaminierte ok jetzt muss ich hier wieder drüberspringen ja es gibt sogar gute fallschaden wenn du dich beeilen könntest wird es schön diesmal nicht rein rennen und was war es mit der pistol ich sagte nicht rein rennen ich habe nur eine verhurt der brennt ich muss irgendwo das ding loswerden wieder du findest auch ich finde keine waffen da kommt einer jetzt habe ich eine m4 und komische andere hier hier muss es hin yo hau den koffer da rein genau aber das ist die sicherung gewesen ich hoffe sie können im dunklen sehen weil ich sie im kontrolraum brauche um die sache abzuschließen je früher diese ruft rauskommt besser doch auch warten sie kurz ich kriege die geräusche ja ich ja ich ja ja ich ja 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 Es ist großartig, aber ich habe den Schrauben zu dem gegeben, und diese Milch scheitern alle nichts aus. Widerstandsgewicht, aber zu diesem Glück. Wo? Freunde, Sven? ja lasse kommen schießt fast dass sie kommen was sie kommen dass er kommt noch ein stück noch ein stück also kommen als folge gebracht ist hat mir mehr schaden gemacht wie dem jetzt muss ich noch noch mehr haben wir sie doch hier hinten andere seite hoch hoch der kommt runter streitach ja der wacht der 6 ja ich auch der platz oben schwer gepanzerte feinde hast du leider jetzt noch nimmst du ihn da ich hab' ihn übrigens erschossen wir haben sonst niemanden vor Ort Alter ich kann mega klettern da habe ich hier eine Brandgranate oh fuck Alter kommt ein richtig fetter hässlicher ich bin tot meine fressen ein oh ist der fett ist der fett ich bin tot ja gib auf Alter wie weit der ist denn Alter okay wir müssen Deckung nutzen gegen das Ding gute Deckung Alter Alter oh sind jetzt wieder die gleichen wie ihm? ja ich hab' schon zwei stück weg gehetshottet so langsam werde ich warm mit dem schießen hier ob der nächste gehetshottet ob der nächste gehetshottet aber der Sound ist immer noch zu laut aujo kann er jetzt nicht Effektlautstärke auf 0 drehen? der ist schon auf 5 der ist schon auf 5 oder jetzt machen wir das was ich verstehst irgendwie nicht mehr so gesund aus warum hältst du auf dem jetzt eine shotgun hier weil ich jetzt erstmal nachladen muss hier von allen seiten fangen wie von allen seiten erkennt mich jetzt so sieht es aus haben wir jetzt alle danke ich stelle mich diesmal nicht direkt vor den fahrstuhl pass auf jetzt kommt der hässler ja ich nehme die schrotze von oben auf den kopf da kommt da alter junge hat er da reich wollte er ist krank wir müssen auf den seiten tank schießen er brennt hast du so ist der platz Jo ist juckt hier einfach nicht doch hat die helft besorgen wow der hat ihn vor ja was wüsst du jetzt hier ich glaube ich hab's gebildet dieser hässliche fette qualle da unten oh fuck wir haben seinen rüstung gleich rüstung ist weg lauf du mal vor schießt auch schießen aber wir haben alter ganz viele waffen Der Waffen-Mods, kann ich das hier drauf packen? Nein, nicht auf die. Hier. Ähm, hier. Was, Waffen-Mods? Haben wir es jetzt eigentlich geschafft? Ja, eigentlich schon. Aber ich könnte noch mal Inventar gucken, was habe ich jetzt Neues? Oh, MP7. Ich will die hier. Was kann man? Verbesser gerade meine Waffen. Ich kann hier auch noch was machen. Schwere Magazin-Fäder. Stufe 7. Oh, scheiße. Nehmen wir das hier. Oder auch nicht. Verschichteter Schoner. Verstellbarer Rucksack. Schnittresistente Handschuhe. Und was haben wir hier noch? Okay, Rüstung. Mach ich eine bessere Rüstung. Schützender Holister. So, genau. Ja, doch, das alte Zeichen soll ich an deiner Stelle immer gleich zerlegen, was du eh nicht mehr brauchst. Ja, das ist egal, brauche ich jetzt in der Aufnahme nicht machen. Komm, in der Fahrstuhl. Das ist für die Folge zu lang. So, warte. So, jetzt habe ich das hier alles. Und jetzt habe ich hier noch Rüstung neu. Oh, ne ziemlich gute sogar. Und dann habe ich noch die Rüstung neu. Genau, den Schutzrücksack, den habe ich ja schon. Den spezialisierten. Den du nicht haben wolltest. Ich. Weil ich hier den Superloot gefunden habe. Kommst du jetzt? Ja, ich lauf dahin, wo meine Mission ist. Oh, jetzt ist er auf einmal hier. Jetzt ist er hier. Okay, meine Mission war gerade noch woanders. Na, lecker. Ja, alles in der Aufnahme rein. Voll, ja, die Fresse. Okay, ja, ich habe den Aufzug getreten. Und jetzt? Ja, und jetzt? Ist fertig. Lade mir irgendwas. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. So, ich habe eine MP7 bekommen, die voll von Arsch ist. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Tech-Flügel. So, Mission. Entsperre den Tech-Flügel. Ja, okay, dann machen wir das halt. Und dann beenden wir die Aufnahme und dann, ja, gucken wir mal weiter, was wir da machen. Ey, wer ist jetzt Gruppenhafen mit Du? Du musst Weckung setzen. Wir laufen hier gerade voll in die Scheiße. Gealed ab. Oh, wir sind nahe, genau. Hoppala. Warte mal, hier ist irgendwas. Hinter uns. Hinter uns. Hast du ihn? Nein. Hey, der hat was. Der hat was. Der hat was. Abschließend. Ohne dich werden wir jetzt tot. Neues Ziel, wir müssen den hier verteidigen. Warnung, Feindkräfte näher an sich. Von der anderen Seite bestimmt. Feindkräfte näher an sich. Von der anderen Seite bestimmt. Feindlich. Ja. Ich sehe hier nichts. Ah, der hat wieder verfahren. Die kommen mit Baseballschlägern. Jawohl. Ich gehe auch mit dem Messer auf eine Schießerei. Oh, oh, Kadate. Ich verprügel ihn mit meiner Waffe. Ich habe ihn totgeprügelt. Ich bin sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Kampf abgeschlossen. Ich glaube, jetzt haben wir wieder gut Belohnungen abgezogen. Und haben wir hier wieder Sachen gefunden. Skam Militärversion, die habe ich schon. Wo? Routenweste. Wir haben unterschiedliche Drops. Aber ich habe eine gute neue Routenweste bekommen. Wo hast du hier Drop? Wo? Ich habe hier nichts. Ich sage doch, wir haben unterschiedliche Drops. Hör mir halt endlich zu. Komm weiter. Die MP7 ist Bullshit. Ich habe die ausgerüstet. Oh, ich konnte jetzt Maschinengewehr. M4 habe ich jetzt ausgerüstet. Die ist gut. Ich könnte ein Maschinengewehr ausrüsten, wenn ich wollte. Oh, ja. Zivilisten. Isis. Rennen, Blutte. Rennen. Ey, was? Achso, da drüben. Hast du eigentlich Full Life? Ja, hast du. Hier links ist auch irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Ah, hier. Öffnen. Ein Werkzeug gefunden. Hier ist noch irgendwas. Ah, hier ist wieder ein Werkzeug. Siehst du, ich bin halt nur Loot King im Gegensatz zu dir. Ja, ich mache halt die Mission durch. Hier ballern. Komm jetzt. Ich bin in der Schießerei. Ich gebe jetzt die Mission ab. Der ist tot. Weißt du, Futo, ich kann halt meine Schießereien auch alleine regeln. Jagdrucksack. Sturzpanzer. Hat der hier dabei? Jetzt musst du dann ruhig sein. Es gibt gleich wieder eine Videoszene. Ja, halt die Fresse. Jetzt. Jetzt ein Video. Hey. Ich bin nicht sentimentar, aber sie haben mich da rausgehauen, also danke. Ich weiß, sie erwarten mehr als einen feuchten Händedruck dafür, meine Arsch gerettet zu haben. Zum Beispiel den Scheiß hier zum Laufen zu bringen. Ah, Regierungsstandard. Verstehe. Schön, dass die die Messleute noch immer so tief halten, dass selbst Kakerlaken einfach drüber opzen. Wollen sie Qualität? Kaufen sie's privat. So läuft das in Basra. Also ja, die Stadt lebt nicht vom Furzen und guten Absichten. Strom, Wasser. Das Ganze drum und dran. Nicht, dass sie der Erste wären. Hab gehört, ein paar von euch sind verschwunden, als die Scheiße losging. Dazu hätte ich ein paar Theorien parat. Ich meine, wenn sie da draußen die Stadt neu verkabeln, stochern sie rum, sehen sie, was sie finden. Vielleicht war's das Virus, oder die Chaoten, oder die Stadt hat ihr dreckiges Maul kaputt und sie alle verschluckt. Ich würd's glauben. Ist schon mal passiert. Meine Frau hat sie auch verschluckt. Ein Wunder, dass ich noch hier bin. Das heißt, ein Pessimist ist ein desillusionierter Romantiker. Tja, wer immer das gesagt hat, ist ein Arschloch. Na los, finden Sie was raus. Ich sag Ihnen, was Sie zu tun haben. Passen Sie auf, dass dieser Scheiß-Stadt sie nicht auch noch verschluckt. So, das war die zweite Mission. Und mehr gibt's glaube ich nicht zu machen. Bei der nächsten Folge gibt's dann die Multiplayer-Maps. Wir sehen uns. Gut, ich werd jetzt mir noch nicht so sicher, dass es hier nicht mehr zu achten gibt. Aber für heute ist es das auf jeden Fall gewesen. Nicht schlecht. Dieses neue Gerät könnte sehr nützlich sein. Gut gemacht. Vielen Dank, dass Sie Tom Clans Division Beta gespielt haben. Glückwunsch, es gibt noch viel zu tun. Obwohl in der Beta keine Hauptmission verfügbar sind, bietet New York Aktivitäten geheimes entdeckt werden können. Vor allem in Dark Zone. Ihr größte Herausforderung, die beste Ausrüstung, andere bla bla bla. Kein ist Interesse. Das war's Leute, wir sind raus. Ge-Infrastruktur überwachen. Wärme, Wasser, Elektrizität, guter Schachzug-Agent. Und dann willst du auch noch was sagen Sven, was meinst du dazu? Ich bin jetzt erstmal hier. Ich würde auch sagen, für den Singleplayer-Teil war das das erste Mal. Okay, dann sind wir raus und wir sehen uns im Multiplayer-Teil. Und tschöö. Davous.